Wir entwickeln den Operationssaal der Zukunft, der in der Lage ist zu erkennen, was ein Chirurg gerade an Arbeitsschritten tut, wie er die Operation durchführt, welche Geräte er benötigt, welche Informationen er dafür benötigt, um die nächsten Arbeitsschritte auszuführen. Das alles wird erkannt und analysiert mit Hilfe von Algorithmen der künstlichen Intelligenz und darauf aufbauend assistiert der Operationssaal den Chirurgen und dem pflegerischen Personal, sodass zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information und das richtige Gerät bereit sind, um verwendet zu werden. Die Patientinnen und Patienten profitieren vom intelligenten Operationssaal, in dem die Eingriffe individueller spezifischer für den Patienten gestaltet werden können. Die Parameter beispielsweise für technische Geräte, Endoskope, Fräsen, Sauger sind individuell auf den Patienten zugeschnitten und werden spezifisch für ihn eingestellt. Gleichzeitig weiß der intelligente Operationssaal, was die beste Vorgehensweise ist für einen Chirurgen und empfiehlt dem Chirurgen diese Vorgehensweise. Und dieses Wissen wiederum bezieht der intelligente Operationssaal aus einer Vielzahl von Aufzeichnungen von gleichartigen Operationen aus anderen Operationssälen. Das heißt, das System weiß, was die beste Vorgehensweise ist und unterstützt dadurch die Operateur. Tätigkeiten des Personals verschieben sich weg von ausführenden Tätigkeiten hin zu überwachenden Tätigkeiten. Das Personal überwacht die technischen Systeme, schaut, dass diese Systeme korrekt funktionieren und dass diese Systeme helfen dem Personal, ihre Überwachung auch korrekt auszuführen. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Assistenz für die Verortung von OP-Gebieten innerhalb des Patientenkörpers. Das heißt, das System weiß, an welchem Ort der Chirurg gerade operiert und weiß, ob dort in der Nähe Risikostrukturen sind, zum Beispiel Blutgefäße oder Nervenbahnen und gibt dem Chirurgen automatisch eine Warnung aus, wo er besonders aufpassen muss.